Hey, mit Laser auf dem Kopf, dann wär ich zufrieden. Noch 8? Rechts oder links? Egal. Hey, guck mal, da kommt gerade einer. 6? So, den geheimen Eingang haben wir auch und jetzt die Tigerstülpen. Juh. So reingerammt, auch mal kurz angehalten, angeguckt, wahrscheinlich und gesagt Bye-Bye oder was. Und dann das Messer durchgezogen. Wie sich das gehört. Ich glaube, ich habe den Boss mitgeholt.